So, jetzt hab ich auch keine mehr. Oh, er hat keine mehr. So. Ach so, jetzt muss ich die Quest wieder wechseln. Und wie wollen wir die jetzt anlocken? Ja, wir sind irgendwelche Boxen anschalten. Sag mal, hörst du nicht zu? Ja, aber wo die sind, würde ich von dir wissen. Links. Zumindest ein Medikit, würdest du aufnehmen? Eigentlich bräuchtest du die mehr, oder? Nö, nimm mal ruhig. Ich muss mich ja wiederbeleben. Mhm. Ja, das sieht doch schon wieder irgendwie so nach irgendwas großem an, oder? Mhm. Ja, das sieht doch schon wieder irgendwie so nach irgendwas großem an, oder? Ja, das kommt noch. Ach, da ist eine Küste drinnen. Deswegen. Ja. Ja. Gute auch. Ja. Eine CD? Na klasse. Hm. Ist das denn hier irgendwo liegen, oder? hmmm hier ist außerhalb nicht hier ist ein bauplan jemand endlich mal vor dir hätte ich mal nicht gesagt nein da habe ich jetzt von sam bier kommt wieder das lied ok da wird es ja gleich abgehen der schatze an oder ich dachte du machst das warum ich du stieß oder vor und jetzt müssen wir einfach dann abwarten oder weil sie noch nicht wir müssen dann alles mit einem so hier 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 Okay, jetzt noch mal zurück. Oh, mich haben sie umgeschwissen, scheiße. Oh, mich haben sie umgeschwissen. Oh, die Kuh, ey. Oh, die Kuh, ey. Oh, die Kuh. Oh, die Kuh. Oh, die Kuh, ey. Oh, die Kuh, ey. Wie kommt man denn da hin? Ah, jetzt kommt er raus. Was, ich dachte, die hier sind leider gar nicht. Na, wir müssen hier erneut töten. Oh, was hat er? Ich weiß nicht, ich hab nicht angequatscht. Oh, okay. Ich hab einen Ziegelstein runtergeschwissen. Ich fühle mich alle tot? Du sicher? Christ, danke. Ich dachte, ich werde nie rauskommen. Hier, mach das. Du brauchst wahrscheinlich mehr, als ich. Wieder, danke. Ich hab keine Ahnung. Geld hab ich gekriegt, glaub ich, nur. Wo ist denn hier die Werkbank? Ach, ist da. Okay. Hier oben. Was hast du hier aufgenommen? Ein Dings. Ein Dings. Ein Dings. Ein Dings. Schockgewehr, ich glaub ich mach mal ein Schockgewehr, oder? Molotow kann ich auch noch machen. Dio Bombonier, erstmal die hier. Zank. Schallpulsgranate baue ich auch mal. Zank. So. Zank. ist das haben wir die mucke angemacht um die abzulenken oder würde ich mal vermuten oh gott hier sind trotzdem allerhand alle sind unsere dudes na dann wird also jetzt gleich verteidigt oder vermutlich ich wollte noch mal ein foto abgeben ich habe noch ein foto gefunden das gibt es nicht was denn heimlich immer heimlich das ist genau die passen doch gar nicht allerin irgendwas ist so hoch die werden doch jetzt so so Was wirst du warten? Ich werde dich auswählen, Officer. Und ich versuchte dir die Leute auswählen. Entschuldigung, Herr, ich habe meine Ordnung. Erstens die Immune. Und dann die resten von dir. Hör das, Herr. Du nehmen diese Leute gleich jetzt, oder du nötig von uns. Ich hab dir gesagt, das würde passieren. Ich bin aufwählen. Herr, ich nehme noch einen Schritt, und ich habe keine Wahl, aber zu öffnen Feuer. Warum machst du das? Dramatische Waffe! Lower deine Waffe, jetzt! Get off the ladder, Sir! Don't you threaten us! You will answer for your actions, soldier! Land! Now! Or we shoot you down! Put it down or you die! This is my last warning, Sir! I have my orders! Oh, oh. Da kommen wir schon mal nicht mehr rein. Right in this shack. Quick, move! Jetzt erklär mir mal... Ja. ...woher du schon wieder einen heimlichen Basika her hattest. und sagt nicht frechheit das finde ich echt nicht nett von dir war so wie ich mache man war toll ich stehe ich glaube ich drin so machen ja das ist toll das ist toll wo ist irgendwer dauert fast in die man ein bisschen stärker kann das sein das hat nämlich jetzt schon wieder getroffen da ist noch jemand fast da und du achtest da auch 0 drauf doch aber ich bin ja hier auch gerade beschäftigt leck mich ich komme hier nicht durch ihr zicke gegen die etwa fast 10 verloren in mir nur weil du den hedi abgeschossen hast aber irgendwie ist es noch ein bisschen unübersicht hier liegt ja die dings die panzer faust der nutze ich habe den platz dafür die kann man echt nehmen na ja für eine seite 10.000 liegt eigentlich ein haufen munition alles rum also aber so viel munition wie es ich habe es jetzt hier genommen zur stärke der haute geht also weiter sie kommen die lande kommen auch noch aus der ecke ich kann dir nur empfehlen nimm nö nö knarre liegt du für munition und dann kommt hier gar nicht hinterher oh man das hat mich jetzt draußen scheiße ja 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 Na so viel Munition ist ja noch nicht. Ja da hinten liegt ja auch noch welcher. Trophäe zu ihren Diensten hab ich grad gekriegt. Er könnte auch mal einen Zaun hinschillen, vielleicht kommen wir so auf. So, wo hast du gesagt, liegt nochmal Munition? Äh, guck mal hier. Ah, okay. Das ist aber auch ne Schottie. Hier ist nochmal, okay. Oh, ich hab schon wieder Scheiße aufgenommen, Kacke. Ich hab schon wieder da, hast du zufällig den Zaun irgendwie nicht gestellt? Nö. Auf die Dings kann man auch schießen, ne. Auf die Rohre. Auf die Rohre. Auf die Rohre. Ne, die Dinger da. Ja, genau. Rohre. Hehehe. Jaja, du bist aber die Meider. Wo war denn hier ist nochmal ein Zaun, ey. Scheiße. Ich hab irgendwo einen Zaun hier stehen sehen. Ich wollte hier einen Zaun hinstellen. Also, ich sehe grad keinen Wörter. Scheiße. Hier ist noch einer. Ah, hier, warte, ich hab wohin. Ah, da brauch ich nicht. Lila, lila, ganz viele lila. Wo denn? Aber anfangen. Und ein Kreischer wieder. Oh, nee, ey. Hier ist ne. Oh! Okay, das ist die Saison besser. Und wer steht ne? Oh, nee, komm, ich muss nicht schauen. Oh, nee, komm. Okay, das istibrach. Und dann beastsig. Auf die Hand. Ja. Hier da kommt. Ja. Ja, la. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Oh, von hinten. Oh, von hinten. Oh, ich weiß nicht. Da brauche ich wieder jemand Hilfe, bist du da? Ja, ok. Ja. Irgendwann fliegt mich. Oh, ich bin dauer. Scheiße. Ich bin dauer. Okay. Hier sind sie. Oh, die schießen jetzt. Lass diese herabend nehmen. Was denn? Hier wollen wir ein. Alter, meine Fresse. Der hat ja irgendwo die Zauber hingeschmissen. So, schnell weg hier, zack. Hier wir kommen! Die Bucke 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 kommen! Das sind Maschinengewerke schon genommen? Ja! Das ist gut! Wie bitte? Hat das geholfen? Das hat die mitgekriegt! Ne! Okay! Hab dich die ganze Zeit unterstützt! Die Bucke kommen! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schön, dass du mich jetzt ausgesperrt hast. Ja, habe ich auch gerade so gesehen. Ich habe den Dach mit dem Klappen warm. So viel zum Thema wieder. Du wolltest mich wahrscheinlich damit retten. Ja, das war mein Ziel, ja? Ja, ja. Ja, mhm. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt nochmal richtig fitter komme. Wieso? Das steht doch auch hier. Ja. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe so viele Fehler gemacht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.